Guten Morgen Trader und willkommen zum FED Mittwoch. Lange haben wir gewartet. Die Märkte sind gestern teilweise gar nicht vom Fleck gekommen wegen dem wichtigen Event heute. Man erwartet eine leichte Zinssenkung in den USA, aber viel wichtiger wird sein, was die FED Pressekonferenz heute Abend bringen wird. Denn da kriegen wir ja immer Statements, wie es um die Wirtschaft steht und die FED sich zukünftig hier entsprechend verhalten wird. Das Ganze kriegen wir heute Abend. Wir schauen gleich in die Nachrichten mit hinein. Zuvor wie immer der Risikohinweis bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Und damit auch erst einmal noch ein herzliches Willkommen an all diejenigen, die sich morgens hier immer live auch einklinken. Hans, Holger, grüßt euch und lade wie immer jeden Zuschauer hier ein, wenn Fragen sind oder der ein oder andere Wunschmarkt einmal analysiert werden soll. Bitte direkt rein in die Chats und dann kann ich sehr, sehr gerne auch auf individuelle Fragen mit antworten. So, jo, ich soll krachen lassen. Ja, Holger, ich hoffe, es wird krachen und zwar in die richtige Richtung in unseren Portfolien. Wir schauen gleich drauf, wie es weitergeht hier an den Märkten. Ich habe ja vorhin auch schon geschrieben, wir haben heute das Cable auf der Uhr, wir haben Kan-Dollar, japanischen Yen und wir haben so ein bisschen von der Nebenseite aber eine interessante Chatsituation im Währungspaar Euro-Dänische Krone. So was kann man ja immer wieder mal mit ins Portfolio aufnehmen. Wenn es Geld verdienen bringt, warum nicht? So, also schauen wir mal auf die wichtigsten Termine für heute. Wir kriegen um 10.30 Uhr Informationen vom Verbraucherpreisindex in Großbritannien. Wenn man sich das mal anschaut, das ist zwar leicht rückläufig die Erwartung im Vergleich zum vorherigen Ergebnis, aber hey, die haben eine 1,8 dort stehen. Davon träumt Herr Draghi mit Sicherheit nachts. Okay, was gibt es weiter? Den Erzeugerpreisindex bekommen wir ebenfalls um 10.30 Uhr. Dann gehen wir rüber in die EU. Da bekommen wir um 11 Uhr auch den Verbraucherpreisindex und da ist die Prognose, wir haben ihn hier bei einem Prozent. Am Nachmittag dann vor dem wichtigen FED-Event natürlich weitere Nachrichten. Hier, wir sehen es um halb drei, also vor Handelsbeginn, bekommen wir die Baugenehmigungen genannt und die Baubeginne. Das sind wichtige Daten für die US-Wirtschaft. Um 16.30 Uhr gibt es dann die Rohöl-Lagerbestände. Öl ja wieder ewig volatil. Gestern auch gewesen. Sehr, sehr schön zu sehen, wie die Schwäche oben am Hoch reingekommen ist und der Markt dann massiv abverkauft hat. Das ist schön. Wer da live dran sitzt an den Märkten, der kann dort wirklich sehr, sehr gut in der aktuellen Volatilität damit umgehen. Wenn wir noch die Zeit haben, beziehungsweise der ein oder andere den Wunsch hat, können wir gerne nachher nochmal ins WTI hineinschauen. Also das zum Öl und dann natürlich 20 Uhr. Da bekommen wir das FOMC-Statement, die Zinsentscheidung, die Wirtschaftsprojektionen. Das sind wichtige Faktoren und um 20.30 Uhr dann spricht die Pressekonferenz der FED. Das ist Pauls Zeit und damit, ja glaube ich, das werden die Momente sein, wo der Markt dann entsprechend auch ordentlich reagiert. Das zu den wichtigsten Nachrichten gibt natürlich immer noch was ringsherum. Das ist ganz klar. Da sollte jeder auch schauen, was an Währungspaaren getradet wird und welche Nachrichten hier möglicherweise gerade im kurzfristigen Bereich für Bewegungen sorgen könnte oder halt für wenig Bewegung, weil der Markt vorher wartet. Gehen wir rüber in die Charts. Wir starten mit dem Währungspaar Kandala, japanischer Yen und wir sehen hier im Chart mal wieder eine Flagge. In diesem Sinne natürlich eine Flagge mit bullischem Charakter. Wo kommt der bullische Charakter her? Wir sehen es hier unten. Hat der Markt, ich fasse mal den Chart ganz kurz noch zusammen, eine längere Bodenbildungsphase auch gehabt. Das habe ich gestern in einer ähnlichen Situation auch schon mal anklingen lassen. Der Markt ganz groß übergeordnet. Hier, wir sehen es, wir haben natürlich weiterhin den Markt nach unten laufen, den Abwärtsdruck. Und wenn man sich dieses riesengroße Bild einmal anschaut, dann trendiert der Markt schon eher zur Unterseite. Aber zwischendrin gibt es auch immer mal so Schübe, wo wir trendige Phasen nach oben mit erleben. Und das ist etwas, das sehen wir momentan hier auch. Der Markt hat momentan eine korrektive Phase in Form dieser Flagge in bullischem Charakter, weil wir halt hier unten nach oben raus getrendet sind. Wir haben die Bodenbildungsphase hier gehabt. Es hat sich einen Trend gebildet, ein leichter. Und hier, diese starke Fahnenstange ist schön nach oben gelaufen. Hat in einem wichtigen Level gehalten. Hier, das ist ein marktrelevantes Level. Hier drüben war es ein Widerstand. Hier dann eine Unterstützung. Jetzt haben wir wieder einen Widerstand und den gilt es zu überwinden. Und dass wir die Chancen dafür haben, das sehen wir aus solchen Konsolidierungsmustern. Das heißt, an dieser Stelle ist es immer wieder und gut möglich, dass die Korrektur nach unten weiter läuft. Das zoome ich jetzt mal besser etwas näher ran, damit man es besser erkennen kann. Das heißt, hier an dieser Stelle tatsächlich, wenn die Korrektur Ausdehnung weiter nach unten läuft, dann haben wir natürlich aktuell auch die Chancen auf der Seite nach unten hin. Tagestief von gestern wäre dann die Fortsetzung definitiv. Das ist der Preis hier um die Marke von 81,16. Anlauflevel haben wir dann. Das sieht man auch schön an den Tagestief. Das ist der Trendverlauf auf der Stunde haben wir hier die Marker für die Ausdehnung um die 81,03 beziehungsweise hier die 80,62. Das mal im Kleinen. Wer sich die Stunde mal anschauen möchte. Ansonsten hier das Ausbruchslevel über diese wichtige Marke von 80,24. Das ist natürlich ein Level, wo wir durchaus mit Support rechnen können, wenn es tiefer läuft. Momentan macht der Markt allerdings nicht den Anschein. Wir sehen es. Wir sind ja gestern auch schon mal ein bisschen weit nach oben gelaufen. Kommt der Ausbruch nach oben. Dann haben wir wirklich die Chance, erst einmal wieder hier oben in den Widerstandsbereich hineinzulaufen. Das ist die Marke um 82,135. Der Low-Bereich hier an dieser Stelle und die Fortsetzung des Ganzen, dieses Aufwärtstrends hier. Das hat dann natürlich das Potenzial hier in das Korrekturhoch um die 82,816 beziehungsweise hier das Zwischenhoch bei 83,234 reinzulaufen. Also man sieht, es ist genügend Potenzial zur Oberseite da, die dieser Aufwärtstrend durchaus auch mitnehmen kann. Und wir blicken auch hier noch einmal hinein in die Stunde. Ich habe es ja gesagt, die Stunde ist hier maßgeblich aus dieser Richtung erkennbar. Der Schub nach oben sehr, sehr schön im Verlauf. Wie ich schon gesagt habe, jetzt haben wir hier den Kanal und der Markt will so langsam nach oben. Hier wir sehen es. Hier ist der Verlauf einmal schön nach unten zu sehen und hier läuft der Markt schon leicht trendig nach oben. Und wenn sich das Ganze hier nach oben hin fortsetzt, das wäre sozusagen die Initialzündung, den Markt nach oben wieder anzugehen und die Chartseite auf Tagesbasis nach oben auch abzuarbeiten. Das ist das, was wir hier im Kandala japanischen Yen mit sehen. Schauen wir mal weiter hier an dieser Stelle beim Nebenwährungspaar Euro-Dänische Krone. Ach gut, der Chart sieht aus, wie er aussieht. Das ist bei Währungspaaren, die wirklich in der zweiten beziehungsweise dritten Reihe spielen, immer mal wieder so. Aber das spielt in diesem Sinne, wenn man die richtigen Handelstrategien hat, nicht ganz die große Rolle, wie jetzt diese Kerzen aussehen. Das ist Fakt, wie es ist. Wir stehen an bestimmten Stellen, an bestimmten Marken und an diesen Marken kommt dann halt einfach mal Bewegung ins Spiel. Punkt, aus die Maus. Wo stehen wir jetzt? Momentan. Mal das Schattbild auch hier wieder zusammengefasst. Zum einen, wo wir herkommen. Wir kommen her aus einem wichtigen Support-Level hier unten. Das ist die Marke von ungefähr 7,45, 5 hier unten, dieser Bereich. Der hat den Boden gestellt für diesen schönen Schub nach unten. Hier im Kleinen sehen wir, wie der Markt auch schön nach oben getrendet ist, hier. Das sehen wir sehr, sehr schön hier an diesem Verlauf. Schub nach oben, durchatmen. Hier haben wir das Low gehabt bei 7,45 knapp 9 und dann sind wir hier übers Zwischenhoch bei 7,46 auch wieder mit ordentlich Volumen nach oben gelaufen. Das gibt uns jetzt hier natürlich die Möglichkeit, einen Swing auf der Oberseite mit zu erwarten oder aber den Abprall von der Oberseite zu sehen. Und das sind einfach auch nur Wahrscheinlichkeiten, die wir haben. Weil dieses Level, was wir hier oben liegen haben, ja das ist schon ein gewisses marktrelevantes Level. Wir sehen es hier oben. Ewigkeiten ist der Markt hier nicht drüber gekommen und dann hat er halt den Abprall nach unten gemacht. So sieht es hier momentan zumindest auch noch aus. Wir kämpfen hier so ein bisschen mit diesem Bereich und da haben wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir einfach auch wieder runterlaufen. Dass dieser Schub, den wir hier nach oben gesehen haben, aufhört. Wir sehen hier oben die Schwäche und dass sich das Ganze dann nach unten entlädt. Anlaufpunkte auf der Unterseite haben wir ja. Das sind die Support Level, die ich gerade auch genannt habe, hier am Ausbruchslevel um die 7,46 2 beziehungsweise hier an diesem Zwischentief bei 7,45 8,9. Hier haben wir eine schöne Trading Range. Die ist breit, die kann man gut nutzen. Wenn es drüber geht, dann sollte man auf alle Fälle dieses Spike Level hier oben drinnen haben. Wir haben es gesehen, der Markt ist hier mal herangelaufen, aber kurz nur und dann direkt wieder nach unten umgedreht. Das ist hier oben der Bereich um die 7,47 2,4. Das muss man drauf haben. Also wenn es doch nach oben gehen sollte, es ist ein bisschen Luft da. Man muss schauen, wie es wird. Wenn wir uns mal das langfristige Bild anschauen, dann sehen wir halt schon, der Markt ist hier definitiv nach oben gerichtet. Aber hier oben wollte der Markt einfach nicht drüber. Wir können das Ganze ja hier drüben noch weiterziehen. Hier, da hatten wir genau so einen Bereich. Also diese Marke dort oben ist momentan ein sehr, sehr starker Deckel. Und wie ich schon gesagt, wenn es von dort oben nach unten ging, dann ging es meistens auch ein ganzes Stück nach unten. Entschuldigt, also wenn es an dieser Stelle nach unten ging, dann ging es meistens auch ein gutes Stück nach unten. Das haben wir hier gesehen, wo wir reingelaufen sind. Das haben wir hier drüben gesehen, wo wir reingelaufen sind. Also das Abpreisszenario hat durchaus eine gewisse Berechtigung und das sollten wir an dieser Stelle auch auf der Uhr haben. Wichtig, halt es ist ein Nebenwert. Das Ganze bitte immer im sinnvollen Portfolio Mix mitmachen. Das zum Währungspaar Euro dänische Krone. Und dann schauen wir mal noch auf das Cable. Haben wir hier im Tageschart wie immer und in guter Manier. Wir wissen es, seitdem wir wieder mal diese Problematiken um den Brexit aufflammen haben, ist der Markt einfach ordentlich auf Tauchstationen gegangen. Das war hier drüben der Bereich Anfang des Jahres Februar, März, April. Der ein oder andere mag sich noch daran erinnern. Das war die Zeit, als Theresa May mit ihren Brexit-Verhandlungen gescheitert ist, als sie ihr Amt niedergelegt hat. Dann kam Boris Johnson. Und mit der Amtsniederlegung wurde halt die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexits wieder deutlich größer. Und das hat das Währungspaar natürlich hier deutlich unter Druck gebracht. Jetzt sieht es anders aus. Der Markt scheint hier einen Boden gefunden zu haben. Wir haben es gesehen an diesem Low hier unten bei 1,19, 5,8, 2 war das tief gewesen. Da kam eine schöne Umkehrkerze und die hat den Markt jetzt schön auch ein bisschen nach oben schwingen lassen. In ein wichtiges Level rein. Das hatten wir schon mal besprochen. Hier, als wir hier unten standen, da war hier der Widerstand gegeben bei 1,23, 8 und den hat der Markt, wie ich immer so schön sage, mit Schmacke es einfach rausgenommen und verharrt hier mittlerweile an dem nächsten Widerstandslevel. Das ist eine feine Geschichte. Aber was für mich persönlich viel, viel interessanter ist, rein aus technischer Sicht, von der technischen Analyse her, wir sind hier aus dem Abwärtstrendkanal nach oben hin ausgebrochen. Und das ist doch mal auch eine Hausnummer. Das sind häufig Anzeichen dafür, dass eine mögliche Trendwende bevorsteht. Und warum sollen wir davon nicht partizipieren? Das heißt, an dieser Stelle schauen wir einfach mal, was der Markt uns hier momentan bietet. Auf der Unterseite, wir sehen es auch gestern, diese große Kerze, dieses Level um die 1,23, 8 hat hier mal wieder gehalten. Wir sind hier am Dienstag und am Montag sind wir etwas runtergekommen. Am Dienstag sind wir schön nach oben aufgedreht und haben gleich mal wieder hier einen ersten Test um die Marke von 1,25, 2 gemacht. Das ist ja hier in diesem Bereich das Widerstandsband, was wir sehr, sehr schön erkennen können. Und da verharrn wir momentan so ein bisschen. Und wenn der Markt allerdings schön nach oben dreht und die Kraft hat, sich durch dieses Band auch durchzuarbeiten, wenn hier entsprechend Kaufort auswarten, dann kriegen wir hier Dynamik rein und dann haben wir doch eine gute Chance, weiter hoch zu laufen. Und wenn wir dann schauen, wo es hingehen kann, nächster Anlaufpunkt wären dann hier die 1,27, 500. Das aus rein technischer Sicht. Wir müssen natürlich auch immer die politische Börse hier mit im Blick haben. Also immer dann, wenn wir hier Szenarien bekommen, wo ein harter Brexit Mehrwahrscheinlichkeit vom Markt bekommt, dann dreht der Markt häufig wieder rum. Das müssen wir immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das sind die politischen Börsen. Aber momentan sehen wir, was der Markt hier macht. Er ist relativ gelassen und deswegen sehen wir hier die Oberseite und wir sehen das Ganze auch schön in der Stunde am Laufen. Schaut euch das mal an, wie schön wir von hier unten rausgekommen sind. Ganz klar, auf alle Fälle, wir haben jetzt hier einen Aufwärtstrend am Laufen in der Stunde auch. Ich markiere das ganz kurz mal für diejenigen, die auch immer so ein bisschen den Lerneffekt mit haben möchten, wie wir die Märkte hier lesen. Also das ist mal schön, dieser Aufwärtsschwung nach oben. Das hier ist Bewegung. Deswegen wird das nicht mit eingezeichnet. Im Kleinteiligen hier die Korrektur. Jetzt sind wir danach schön hochgelaufen, haben ein neues hochgemacht. Das ist das von gestern. Jetzt ist der Markt hier so ein bisschen zögerlich. Aber auch hier, was sehen wir nach dem schönen Anstieg? Eine Flagge. Und was ist eine Flagge in diesem Bereich? Verortet im Aufwärtstrend. Natürlich, das ist ein bullisches Korrekturmuster. Ausbruch über die Oberseite könnte uns dann wirklich hier in die höheren Level auch reinbringen. Und das sehen wir an dieser Stelle. Die Marke, die wir haben. Zack, zack, zack. Da haben wir sie da. Und die können wir natürlich schön als Anlaufpunkte nehmen. Das heißt, wer jetzt einen kleinen traden möchte, Stunde gibt die Richtung vor. In der Stunde sehen wir momentan die Korrekturen. Wenn wir uns das Ganze mal hier in den fünf Minuten anschauen, dann sehen wir hier, was ich vorhin im anderen Muster der bullischen Flagge auch gezeigt habe. Wir sehen ganz klar, kleinen Augenblick, hier in den fünf Minuten die Flagge nach unten trenden. Hier der Markt läuft schon wieder hoch. Und wenn sich das Ganze wirklich über die Oberseite fortsetzt, ich ziehe mal die Linie ran. Also wenn wir wirklich schön hier oben drüber rauflaufen, dann haben wir den Ausbruch. Dann setzt sich das Ganze nach oben fort. Dann haben wir hier die fünf Minuten trenden in die Richtung der Stunde. Das wäre dann ein Umkehrsignal, wo wir die Chancen auf der Oberseite definitiv auch da haben. Holger, britisches Pfund, Neuseeland-Dollar. Aber machen wir doch gerne. Gehen wir gleich mal rein. Schalten wir um in den Tageschart. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar haben wir natürlich auch hier. Und übrigens auch wirklich zu schönen Konditionen zu traden. Das macht auch Spaß. Gute Liquidität. Und das ist ja das, was wir als Händler hier auch mit brauchen. Britisches Pfund, Neuseeland-Dollar im Tageschart. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Schön hochgelaufen der Markt. Kurz einen Augenblick. Ich räume mal kurz hier ein bisschen das Feld. So, jetzt schauen wir. Also, ich zoome mal etwas näher ran. Was wir hier schön sehen, ist natürlich die laufende Aufwärtsdynamik, die wir hier an dieser Stelle haben. Und der Markt ist jetzt sehr, sehr weit auch in die aktuelle Bewegung mit reingelaufen. Wenn wir uns diesen Trend mal anschauen, hier an dieser Richtung. Nicht verirren lassen von diesen Spikes an diesen Stellen. Das sind wirklich Punkte. Da ist der Markt hingelaufen. Wir sind hier dann entsprechend auch in ein Widerstandslevel reingelaufen. Also, das sind wirklich Marker. Da sehen wir häufig das Verhalten. Aber da ist er hingelaufen. Das ist ein Trend. Eine Bewegung. Die initiale Bewegung. Dann gab es die Korrektur. Und wir sehen es. Wir sind danach, nach der Korrektur, schön nach oben gelaufen. Hier rein. Haben den Markt so weit gebracht, dass er dieses Level hier gebrochen hat. Dass wir uns schön nach oben hindurchgesetzt haben. Dann gab es eine weitere Korrektur. Die hat wieder mal diesen Bereich getestet. Da sehen wir, welche Marktrelevanzen das hat. In diesem Moment ist da natürlich aus dem Widerstand eine Unterstützung geworden. Und diese Unterstützung hält. Der Markt hat hier unten rumgedreht und trendet jetzt in der Bewegung auch schön nach oben. Und natürlich ist die Bewegung jetzt relativ weit schon gelaufen. Aber ein bisschen Potenzial hat die Bewegung noch. Wenn wir mal rein den Measured Move hier nehmen. Von hier oben nach hier unten aus, dem Tiefbereich heraus. Dann sehen wir es. Wenn wir es mal oben draufsetzen, haben wir schon gute Chancen, hier in diesen Hochbereich reinzulaufen. Das heißt, wenn wir uns diese Marke hier einfach mal nehmen. Ich bediene mich jetzt einfach mal so den Feldern, die hier da sind. Also dieser Bereich hier oben. Das ist durchaus ein Level, was wir haben können. Da sehen wir dann entsprechend hier oben diese Marke um die 1,99. Das ist das, wo der Chancen oder die Chancen im weiteren Bewegungsfortlauf auch noch da sind. Das Ganze, wenn es sich fortsetzt. Ein bisschen vorsichtig muss man wirklich sein. Je älter so eine Bewegung wird, je höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Aber das sind so die Sachen. Einfach hinschauen. Das ist wie beim Autofahren. Wenn man sieht, es kommt eine Ampel, die ist noch grün da und man ist noch relativ weit weg. Da bleibt man auch in der Regel, also der normale Mensch, bleibt dann nicht voll auf dem Gas und hofft, dass er noch bei grün drüber kommt. Sondern wenn man halt wirklich merkt, die Ampel wird gelb, dann sieht man, okay, es macht Sinn, das Tempo rauszunehmen, weil es wird gleich rot. Und so ist es hier entsprechend auch. Je weiter das Ganze läuft, je größer wird natürlich die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur. Spannend wird es dann zu sehen, wie es hier oben um das Widerstandslevel ausschaut. Also ob wir überhaupt zu weit laufen oder rumdrehen. Der Trend ist intakt hier, auch in der kleinen Zeiteinheit, wenn wir uns das Ganze in einer Stunde mal anschauen. Und wir wissen ja, ein Trend, der läuft so lange, wie er gebrochen wird. Wir wissen nie, wann das sein wird. Von der Seite her haben wir hier weiter gute Chancen, schön nach oben mitzulaufen. Das dazu. Weitere Frage. Euro-britisches Fund. Gucken wir uns auch an. Bitte beim britischen Fund auch aufpassen. Also bei allem, was wir hier im britischen Fund momentan besprechen. Wir bekommen nachher Zahlen. Ja, bitte von zeitlichen Punkt auf der Uhr haben. Da könnte etwas Bewegung in den Markt reinkommen. Zumindest im kurzfristigen Spike-Bereich. Das auf dieser Seite bitte, um Beachtung zu nehmen. So. Euro-britisches Fund. Da ist er. Zack. Gehen wir auch wieder schön rein in den Tageschart an dieser Stelle. Hier zoome ich mal kurz etwas kleiner, damit wir mehr an dieser Stelle auch sehen. Sehr interessant, was hier passiert. Wir sehen es. Dieser starke Move, dieser starke Rutsch von oben. Der hat mittlerweile dafür gesorgt, dass dieser Aufwärtstrend hier. Ich versuche das mal noch ein bisschen fertig zu skizzieren an dieser Stelle. Da machen wir jetzt so. Also hier haben wir schön den Aufwärtstrend in den Markt gehabt. Auch schön rausgenommen hier aus dieser Bodenbildungsphase. Und jetzt rutschen wir hier ein ganzes Stückchen runter. Das heißt hier, ich mache es mal ganz kurz auch den Aufwärtstrend fertig. Der ist mittlerweile gebrochen durch einen ganz schön ordentlichen Abwärtsschub. Das Ganze hat hier an dieser Stelle auch leicht getrendet. Hier diesen Abwärtstrend, den sehen wir auf Basis des Tages auch schon. Also Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das Ganze ist jetzt weit gelaufen von der Bewegungsseite her. Wir sind hier in ein wichtiges Level auch reingelaufen. Das sehen wir historisch gesehen, wenn ich das mal kleiner summe. Also hier in diesem Bereich um die Marke von 0,89 gab es immer wieder Drehbereiche, die gewisse Relevanzen auch hatten. Ja, hier gab es zwar ziemlich deutliche Ausschläge hoch und runter, aber man sieht halt, es ist ein Bereich, der ist weit gelaufen. Schauen wir uns das Ganze mal im näheren Bild an. Wissen wir halt mittlerweile, hier gab es einen ordentlichen Schub nach unten. Wir sind hier unter einem Korrekturlevel drunter gelaufen. Und das sind dann natürlich Bereiche, wo man sieht, je stärker die Ausdehnung hier nach unten gekommen ist, je größer wird auch hier die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann mal zu einer, sag ich mal, korrektiven Phase kommt. Das heißt, dass wir hier eine Gegenbewegung bekommen. Der Markt zögert hier in den letzten Tagen auch immer ein bisschen. Wir sehen, er lief runter, er lief hoch. Das sind die Sachen, die wir immer sehen. Aber wenn wir mal schauen, vom Fleck gekommen sind wir nicht wirklich. Wir tingeln hier irgendwo um die Marke von 0,88,5 in den letzten Tagen auch immer wieder rum. Das heißt also, wir konsolidieren hier mehr oder weniger auf der Stelle. Der Bruch nach unten, wenn man das Ganze mal kleinteilig anschaut, wir haben hier ein paar Losliegen aus dieser kleinteiligen Aufwärtsgeschichte hier. Das sind so die Marken um die 0,88,5 und hier unten die 0,87,9. Die Level sind weiterhin da. Das sind Anlaufpunkte auf der Unterseite. Wenn wir sagen, der Markt dreht nach oben, dann können wir auch einfach mal schauen, was denn ein Anlauflevel auf der Oberseite wäre. Und da hätten wir mal auf alle Fälle hier diesen Trendbruchbereich. Aber da ist es so gewesen, dass wir hier an dieser Stelle, muss ich sagen, hier schon mal reingelaufen sind. Und da war nicht weiter was. Also es muss gesehen werden, wie es ist. Und von der Seite her schauen wir, wie das Ganze weitergeht. So, jetzt sehe ich gerade, dass Facebook abgestürzt ist. Ich hoffe, die Zuschauer auf Facebook können mich an dieser Stelle noch mit sehen. Ansonsten sehe ich den Chart gerade nicht. Ich lade die Seite nochmal eben neu. Vielleicht funktioniert es ja direkt, dass der Stream auch weiterläuft. Wenn nicht, dann hoffe ich an dieser Stelle, dass viel gesehen wurde. Ich sage danke für die Zeit heute Morgen wieder. Wünsche allen gute Trades und sage bis morgen. Dann wissen wir, was die FED gemacht hat. Wir sprechen entsprechend morgen auch wieder über ein paar interessante Handelsideen in den Charts. Den Blog gibt es natürlich vorher. Alles andere dann morgen. Bis dahin. Gute Trades und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.